Hey Internet und YouTube Part 3 Game of Thrones Episode 1 He hides too well, and if he were smart, he would reveal himself I don't like this game anymore Maybe something happened to him Ethan's fine, he's just forgotten this is a game I win Congratulations, your lordship Don't worry, it's just a game, Ryan A stupid game, I don't like it He was worried you were gone I thought he'd never find you again I'm right here, and I promise, I'm not going anywhere I wish Mira was here, and Asha, and... and Roderick I do too, but Mira's in King's Landing and... Won't she come home? I don't want her to die too Ryan, she's perfectly safe, I promise you I don't want Gareth to die either Maester or Tengren said he got sent to the wall I'll miss Gareth, he was nice He'll be fine, Gareth is smart No one will tell me what Gareth did, but it must have been serious I heard Duncan and Sir Roiland talking They said someone will come here looking for revenge Everyone's worried about you, but I'm not I know you'll protect us Who said they're worried about me? Well, Sir Roiland for one He says you can't fight very well What? And... he calls you a milksop Sir Roiland forgets himself I don't care what he says, I can protect you What does milksop mean? I don't know, but I know it's not good Ethan, you should let Sir Roiland teach you how to wield a sword Like... like a man He taught Roderick and Asha, and he even showed me how to fight Properly I mean A lord should know how to fight Do you remember when we were younger? When we all used to play here? You, me, Roderick, Asha We'd all be out here for hours Where was I? You weren't born yet We had so much fun But then... well, then everything changed Roderick became so serious The Lord in training And he never smiled anymore And Asha... Asha just got angry At everything Promise me you won't be like that Please, just be you I like you the way you are I know a lord has many responsibilities But you don't need to be like them I may have to change I'd rather have my brother than a lord You'll have to have both, I'm afraid But... since you're the new lord You can do anything you want I suppose Everyone will have to do as you say So, I could have all the sweets I want If only it were that simple It would be nice if someone did what I wanted for once That's not how it works Well, that's how it should work You are the lord Lord Ethan, you're needed in the great hall at once Quickly, on your feet Lord Ethan, you're needed in the great hall at once What's the matter? Lord Whitetail has arrived Unannounced, and certainly unexpected He's come demanding justice What's the matter? Do we meet with Duncan? He is the castellan Stay with us Please, Ethan He's demanding an audience with the lord We really must go It's your decision You are the lord Fine If that's what's required of me Very well then A lord must do What a lord must do A lord must do A lord must do What a lord must do A lord must do A lord must do A lord must do So, all the dialogues will be closer Near back and relax Sie sehen uns unabhängig. Lord Whitehill ist in der Lather. Ich glaube, Sie erzählen zu Lord Ethan, warum sie hier sind? Ich habe mit Garrod gesagt. Ich habe ihn gesagt. Lord Whitehill weiß Garrod ist ein Schwier zu diesem Haus. Oder war, ich glaube. Ist, war. Es macht keine Unterschiede. Die Whitehills waren sicherlich in der Wrong, also keine Satisfaktion. Out da, Sie waren decisive und firm. Jetzt machen Sie das wieder mit diesen Bastards. Lass uns nicht etwas falsch machen. Dinge sind schlecht genug, als es ist. Ich kann das Wort, Lord Whitehill. Gut gesagt, Marlotte. Jetzt ist nicht der Zeit, zu angeren Lord Whitehill mehr als er bereits ist. Er hat fünfmal so viele Männer, und die Unterstützung von House Bolton. All die mehr Zeit, um uns zu stehen für uns selbst. Nur cowards und deaden Menschen rollen vor. Herr Eithen, ist es? Herr Eithen, meine condolences für Ihre Vater und Bruder. Der late Lord Forrester war kein Freund für mich oder meine Haus. Ich bin nur ein Schmerz. Ich bin nur ein Schmerz. Mein Schmerz ist, dass ich nicht da bin, um den Dagger in seine Herz zu sein. Ich habe mich auf das ganze Zeit, um das ganze Leben zu warten. Wie schreckt Sie? Ich schreckt! Und ich werde das ganz gut tun. Und keine Brühe und Salz. Was für ein Schmerz bekommt ein Herr mit kein Brühe und Salz? Was für ein Schmerz? Keine Brühe und Salz. Ich hätte auch viel erwartet. Keine Brühe und Salz. Schmerz dich, mein Mann. Du scheiße Schmerz! Das ist wie Sie mit einem Herrn sprechen? Sie Flühe und Salz haben uns verletzt für Jahre. Nun die Starks sind nicht mehr für Sie zurück, sind sie? Wir sind die Macht im Norden, jetzt. Reus Bolton ist der Warten des Norden. Aye. Und wir haben ihn seine Bannermen für fünf fucking centuries. Du scheiße. Lord Ethan. Das ist genug, Lord Whitehill. Ich bin nicht fertig. Vielleicht, wenn du so fucking grühe mit der Ironwood bist, wird es anders sein, zwischen uns. Du hast dein Schmerz genommen. Unsere Schmerz genommen wurde von uns. Wir haben keine Schmerz genommen, aber zu haben, was es bleibt. Was ist das du willst, Lord Whitehill? Wir haben keine Schmerz genommen. Ihr Mann, der Schmerz. Wir waren in unserem eigenen Geschäft. Wir haben die Schmerz genommen, wie seine Herrschaft hier gesagt hat. Wenn Ihr Mann uns nicht für eine Chance hat. Hörst du das? Nein für eine Chance hat. Nein für eine Chance hat. Du hast seine Familie verletzt. Dann sagst du, dass es Ihr Mann hat meine Schmerz genommen hat. Und eine Schmerz. Wie antwortest du für Ihren Schmerz, Lord Ethan? Er war in deinem Namen. Wir haben auch die Leute verloren, Lord Whitehill. Ihr Mann hat die ganze Familie verletzt. Du hast die Schmerz, nicht die Schmerz. Schmerz sind die Schmerz wert. Wo ist der Schmerz, der hat meine Schmerz genommen hat? Ich weiß, dass er hier ist. Was haben Sie mit ihm gemacht? Ich habe ihn verletzt. Er hat seine Schmerz genommen, und es ist fertig. Er ist weg. Was? Weg? Das war meine Schmerz zu deliverieren, und Sie hat mir das verletzt. Ich werde nicht verlassen, bis ich meine Schmerz zu haben. Jetzt bringe mir die Schmerz, die das gemacht hat, oder Sie werden antworten. Unterroos Bolton! Was kind of fucking house is this? A house of honorable men. Lady Forrester? You bellow like a wounded boar, Lord Whitehill. Have you forgotten your manners? I mean no disrespect to you, my lady, considering your losses and all. But this, this is not over. It's over when my son says it is. This is over, Lord Whitehill. Ethan is Lord of Ironwrath now. By rights, his word is law here. If that displeases you, then I trust you can find the door. That lad may be Lord of this house, but Lord Bolton will have the final say. I'll send him a raven, letting him know a Forrester man killed one of his own. That the new Lord Forrester lied to my face and denied me my justice. Then we'll see whose word is law. You're a craven, Lord Whitehill. I was wrong about your son, my lady. He stood up to him like a true lord. You were brave, my son. But you'll need to be brave as still when Ramsay Snow arrives to see you bend the knee. Prepare a raven. We need to send word to Meera in Kings Landing at once. I would say that it was a very diplomatic solution. Your sister can help us. Although just a handmaid, she has Marjorie Tyrell's favor. And Lady Marjorie's Betrothal to the King may be enough to keep the Bolton's at bay. If it's presented to her as it should be. Wo bin ich jetzt? Okay, dann machen wir hier eine Verabschiedung nach diesem Dialog. Man kann hier überhaupt nichts dazwischenreden. Deswegen muss ich hier immer Popcorn zurücklehnen und versuchen, die Geschichte mitzubekommen. Bis zum nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.